dem Herrn aller Welten und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige, und ich bezeuge, dass Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam, sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ein herzliches Willkommen an alle geliebten Geschwister und ein Assalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuh an euch und ein herzliches Willkommen an alle Nichtmuslime, inshallah ta'ala, in eurer geehrten Anwesenheit werden wir heute fortfahren mit unserer Unterrichtsreihe über die Erziehung der Seele. Und mit der Hilfe Allah und mit der Gunst Allah haben wir schon einige Unterrichte mit euch zusammen studiert. Und ich hoffe, dass diese Reihe zu einer Besserung von uns allen führt, denn letztendlich geht es darum, dass wir das Erlernte umsetzen müssen. Das Erlernte ist nicht nur gut, dass man es erlernt und dass man etwas an Wissen besitzt, sondern man soll es auch umsetzen, liebe Geschwister. Denn in einem Jahr erfahren wir, dass Jaumul Qiyama eine Person in Jahannam wie um ein Mühlrad herumlaufen wird und seine Gedärme hinter sich zieht. Und die Leute werden zu ihm hingehen. Sie werden sagen, bist du nicht derjenige, der uns das Gute beigebracht hat? Er sagte, ja, aber ich selber habe das Gute nicht getan. La ilaha illallah. So eine gefährliche Überlieferung. Ich kann mich erinnern, unser Scheich, als er diese Überlieferung erzählt hat, wie viel er geweint hat. Und ihr wisst, ein jeder Da'ya ruft die Leute zum Guten. Aber was, wenn wir selber das Gute nicht praktizieren? Das wird natürlich verhängnisvoll für uns werden. Und das ist auch eine gewisse Heuchelei, die wir dann im Herzen haben. Liebe Geschwister, möge Allah a.s.w. uns bessern. Er wurde im Höllenfeuer gesehen und er wurde erkannt. Bist du nicht derjenige, der uns das Gute geboten hat? Er sagte, ja, aber ich selber habe mich nicht daran gehalten. Bist du nicht derjenige, der uns das Schlechte verboten hat? Ja, aber ich selber habe es getan. Und das, liebe Geschwister, zeigt uns, dass wenn der Unterschied zwischen dem, was wir im Inneren tragen und dem, was wir äußerlich praktizieren, wenn der Unterschied so groß ist, so kommt die Heuchelei automatisch herein. Und diese Heuchelei ist sehr gefährlich für unsere Herzen. Wir werden darüber noch einen ganzen Vortrag machen, wie Ihnen Allah Ta'ala. Dieses Unrecht, worüber wir heute reden, insha'Allah Ta'ala, liebe Geschwister, ist ein sehr, sehr gefährliches Thema. Und ob wir es zweimal oder fünfmal oder hundertmal erwähnen und wiederholen, so siehst du viele Diener Allahs, Wallahil-Azim, sie haben kein Problem mit Unrecht. Und heute wollen wir mit diesem Vortrag uns sensibilisieren, sensibilisieren, dass wir aufhören, Unrecht gegenüber anderen zu machen. Denn wisst ihr, was das Allerschlimmste ist, liebe Geschwister? Dass wir trotz vieler guten Taten, die wir gemacht haben, und ich gehe davon aus, dass unsere geliebten Geschwister viele gute Taten machen, und natürlich die Nicht-Muslime, wenn sie den Islam annehmen, wenn sie den Islam annehmen, dass sie ebenfalls viele gute Taten machen, möge Allah, so shall sie zum Islam leiten. Viele tun gute Taten, aber sie verschenken genau eben diese Taten, die sie sich so hart erarbeitet haben. Verschenken, als ob sie sie nicht gemacht haben. Und an wen verschenken sie diese Taten? Genau an diejenigen, denen sie gegenüber Unrecht gemacht haben. Allahu Akbar, der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, überliefert von Allah, azzawajal, in einer heiligen Überlieferung, die Imam Muslim überliefert hat. Er sagte, Allah, azzawajal, Ich habe mir selbst gegenüber Unrecht verboten und habe es zwischen euch Menschen, ganz gleich, welche Religion ihr habt, ganz gleich, welche Rasse ihr habt, ganz gleich, welchem Stamm ihr angehört, welche Sprache ihr sprecht, und ich habe es zwischen euch für verboten erklärt. Darum übt einander kein Unrecht aus. Wenn du diese Wörter hörst, Unina Allahs, was passiert in deinem Herzen? Ja, hat halt eben Allah gesagt. Wie bitte? Allah? Du hast keine Angst vor Allah? Und leider ist die Antwort bei vielen Leuten, nein. Er hat keine Angst vor Allah, azzawajal. Auch wenn er es ausspricht, dass er jemand ist, der ein Gottesfürchtiger, ein Mutaki ist, er hat keine Furcht vor Allah. Denn die Furcht beweist sich ja nicht durch einfache Lippenbekenntnisse, sondern die Furcht beweist sich in den Taten. Hier sieht man, ob jemand Allah azzawajal, subhanah, fürchtet oder nicht. Ihr Müsst euch überlegen, eine Frau, wie bei Sahih al-Bukhari überliefert wurde, kam in das Höllenfeuer herein, weil sie einer Katze Unrecht zugefügt hat. Wie bitte, Abu'l-Bara? Was hat eine Katze für ein Wert? Vielleicht bei dir nichts? Ich bin jetzt auch kein Katzenlieber, aber um ehrlich zu sein, da muss ich mich auch outen. Aber das heißt nicht, dass man ihnen gegenüber schlecht sein darf. Denn sie hat sie eingesperrt, diese Frau, und hat die Katze daran gehindert, von den Tierchen draußen zu essen. Und das alleine war der Grund, dass Allah azzawajal, subhanah, sie mit dem Höllenfeuer bestraft hat. Allahu Akbar, Abu'l-Bara, habe ich das richtig verstanden? Das ist eine Katze, wie dann gegenüber einem Menschen, dem man Unrecht ausübt, und wie noch sogar gegenüber einem Menschen, der la ilaha illallah sagt, ein Muslim ist. Gefährlich. Sehr gefährlich. Wenn diese Frau in das Höllenfeuer hereingekommen ist, weil sie einer Katze das Recht verwehrt hat, was sagen wir dann, wenn wir Menschen Unrecht angetan haben, die ihre Stellung bei Allah, subhanahu wa ta'ala, haben, vor allen Dingen, wenn sie Muslime sind. Daher sagte der Gesandte Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, in einer Überlieferung bei al-Bukhari, Iyakum wa zulm, weh euch vor dem Unrecht, fa inna zulma zulumatun yawm al-qiyama, denn das Unrecht wird voller Finsternis sein, yawm al-qiyama. Ihr müsst euch überlegen, yawm al-qiyama passieren viele Ereignisse. Abul Barah, ist das ein Tag, an dem wir Allah, azzawajal, fürchten müssen? Höre, was nur Allah, azzawajal, sagt. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبًا Wie könnt ihr an einem Tag ungläubig sein, an dem ein kleines Kind, du hast richtig gehört, graue Haare bekommt. Ein kleines Kind, der noch nicht das Empfinden von einem Erwachsenen hat, ein kleines Kind, der noch nicht so bei Verstand ist, ein kleines Kind, welches noch nicht die Angst tatsächlich kennt, dieser wird graue Haare bekommen, yawm al-qiyama. Wie könnt ihr an so einem Tag ungläubig sein, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Yawm al-qiyama wird es absolut dunkel sein. Du wirst nichts vor deinen Augen sehen. Und mit dieser Dunkelheit passieren Ereignisse, die alle unsere Herzen erbeben lassen. Wir haben gehört, ein kleines Kind wird graue Haare bekommen an diesem Tag. Möchtest du finsternis an diesem Tag? Oder möchtest du nicht voller Licht vor dir laufen? Möchtest du nicht, dass dein gesamter Weg beleuchtet ist, und die Allah subhanahu wa ta'ala sagt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt. An dem Tag, wo Allah subhanahu wa ta'ala den Propheten, höre zu, und diejenigen, die ihm gefolgt sind, nicht in Schande stürzen wird. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu Anhängern von Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam machen. So werden sie Allah bitten und sagen, O Allah, beleuchte unseren Weg und vervollständige unser Licht. Warum? Weil es dunkel sein wird, Jaumul Qiyama. Abul Barah läuft man über die Siratbrücke, und wir wissen, dass wer von der Siratbrücke herunterfällt, 70 Jahre tief fällt, bis auf den Grund von Jahannam, ist es da ebenfalls finster, absolut finster. Nur, wie Ibn al-Qayyim rahimullah sallallahu alaihi wa ta'ala sagte, so wie entsprechend deine Rechtleitung in dieser Dunia war, so wird auch dein Licht sein, Jaumul Qiyama. Je rechtgeleiteter du in dieser Dunia warst, umso vollständiger wird dein Licht sein, bis du so klar vor dir siehst, dass du überhaupt dir gar keine Sorgen machen musst. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Sicherheit in dieser Dunia und in der Akhirah geben. Allahumma amin. Wenn du das Unrecht, oh Diener Allahs, nicht wieder gut machst, so wird dich das Bittgebet von demjenigen treffen, dem du Unrecht angetan hast. Wallahi, und verinnerliche das. Und ich bin dir nur ein guter Ratgeber. Ab dem Zeitpunkt, wo dir jemand Unrecht antut, bist du mächtig, mächtiger als du denkst. Wie Abu'l-Bara. Ich bin ein armer, schwacher Diener. Warum soll Allah mich erhören? Manche, wenn sie mir Unrecht antun, dann mache ich Bittgebete, aber ich bin doch nichts Besonderes. Du bist mächtig. Nimm das von mir. Denn der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam sagte in einer Überlieferung bei al-Bukhari, so fürchte das Bittgebet von demjenigen, dem Unrecht angetan wurde. Dem was? Dem Unrecht angetan wurde. Denn zwischen ihm, der Allah azzawajal, subhanah, bittet, dass Allah demjenigen, der ihm Unrecht angetan hat, dass er ihm zur Rechenschaft zieht, zwischen diesem Dua, von dem dem Unrecht angetan wurde, und Allah gibt es keine, gibt es kein Hindernis, das Bittgebet schießt direkt zu Allah azzawajal hoch. Allah nimmt das Bittgebet an, von demjenigen, dem Unrecht angetan wurde, und dieser hat jetzt, jetzt, jetzt eine Macht, wenn er Allah um etwas bittet. Deswegen muss man aufpassen, um was man Allah azzawajal bittet. Möge Allah azzawajal uns immer gerecht handeln lassen. Er hat eine Macht, die wir uns nicht vorstellen können, liebe Geschwister. Subhanallah. Eine Macht, ja, eine Macht. Das Bittgebet geht garantiert hoch zu Allah azzawajal. Allah hat es versprochen. Sogar in einer Überlieferung bei al-Tirmidhi sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, ettaqi da'wat al-madlum wa inkana kafira. So fürchte das Bittgebet von jemandem, dem Unrecht angetan wurde, selbst wenn er ein Kafir ist. Aber willst du deine Aqida nicht nochmal lernen? Seit wann wird das Bittgebet von einem Kafir angenommen? Wir reden jetzt nicht über den Kafir. Für den Kafir wird er vollständig zur Rechenschaft gezogen, möge Allah azzawajal uns nur als aufrichtige Muslime sterben lassen. Wir reden hier vom Bittgebet von jemandem, dem Unrecht angetan wurde, selbst wenn er ein Kafir ist. Wenn dieser Allah erbittet, so wird das Bittgebet erfüllt. Die Werte von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daher muss man aufpassen, dass man nicht jemanden Unrecht antut, der zu diesem Zeitpunkt, wo man ihn Unrecht antut, so mächtig ist, dass Allah sein Bittgebet erfüllt. Und ich möchte dir hierzu eine Geschichte erzählen von einem Paradiesbewohner, einem unserer Lieblinge. Und wir lieben die Sahaba und wünschen und bitten Allah azzawajal darum, dass er uns Jawm al-Qiyama mit ihnen vereint. Und es geht hier um Sa'id ibn Sayyid radiallahu anhu adha, einer der Paradiesbewohner, den der Prophet sallallahu alaihi wasallam in dieser Dunja schon das Paradies versprochen hat. Es gab eine Frau in der damaligen Zeit, ihr Name war Bint Aus, liebe Geschwister. Sie hat behauptet, idda'at ala Sa'idi ibn Sayyid, anna hu akhada şey'an min ardiha. Fa khasa madhu ila mirwan ibn al-Hakam. Faqala Sa'id. So hat sie behauptet, dass Sa'id radiallahu anhu arda ihr angeblich etwas von ihrer Erde genommen hat. Chubz in ihrem Herzen, Übel in ihrem Herzen. Schaut mal, subhanallah, wer war dieser Paradiesbewohner? Was denkt ihr? Wer ein Paradiesbewohner ist, das ist einer. Der ist, subhanallah, bescheiden, demütig, fürchtet Allah azzawjall. Mit den besten Achlaq. Nur solche Leute kommen in das Paradies. So hat sie behauptet, dass er ihr etwas von der Erde geklaut hat. Genau genommen, in anderen Überlieferungen, er hatte seinen Garten neben ihrem Garten. Und ihr wisst, wenn manchmal viel wächst, dann könnte man die Grenze etwas schwerer ziehen. Das heißt, die Grenze ist sozusagen verschwommen. Aber der Brunnen war auf der Seite von seinem Garten. Was hat sie behauptet? Der Brunnen ist, ist auf ihrer Seite. Und so hat sie auch das Recht geltend machen wollen, dass sie ihren Brunnen bekommt und dass Sa'id zur Rechenschaft gezogen wird. Und Sa'id radiallahu anhu war kein Lügner. Sa'id radiallahu anhu war jemand, der Allah azzawjall auf beste Art und Weise gefürchtet hat. Sie hat ihn verklagt. Bei wem? Bei dem Richter und wollte sogar, dass das Gespräch herumgeht, damit die Leute Sa'id radiallahu anhu in einem schlechten Rampenlicht sehen. Ihr seht, damals wurde das schon mit den Gläubigen gemacht. Schaut auf unsere Zeit, was sie heute machen, die Verbrecher, die Zeitungen und alle, die ihnen folgen. Wie sie versuchen, die gottesfürchtigen Menschen in ein schlechtes Rampenlicht zu rücken. Was hat Sa'id ibn Sa'id gemacht, radiallahu anhu Arda? Er hat ein Bittgebet gesprochen. Abul Barah. Tut mir leid, dass ich dich jetzt kurz aufhalten muss. Aber Sa'id, radiallahu anhu, Paradiesbewohner, spricht ein Bittgebet. Wir wissen, dass die besten Leute verziehen haben. Er hat die Wahl. Er hat die Wahl. Das ist sein Recht. Er hat das Recht, ein Bittgebet zu machen. Warum sagte der Prophet, sallallahu alayhi wa sallam, ittaqidawat al-madlum, fürchte das Bittgebet von demjenigen, dem Unrecht angetan wurde. Was hat er für ein Bittgebet gemacht? Er sagte, Allahumma inkanat kathibah, O Allah, wenn sie eine Lügnerin ist, das heißt, wenn sie lügt über mich und nicht die Wahrheit erzählt und mich absichtlich verleumdet, So mache sie blind, ja Allah, und lasse sie auf ihrer eigenen Erde sterben. Töte sie auf ihrer Erde. Dann heißt es in der Überlieferung, Und so ist sie nicht ergestorben. Wer? Bitt aus! Bis das Bittgebet sie getroffen hat, sie ist blind geworden und während sie in ihrem Garten gelaufen ist, ist sie genau in diesem Brunnen hereingefallen und ist gestorben. Allahu Akbar. Die Überlieferung ist bei Bukhari und Muslim. Also heißt das, Abu'l-Bara, es ist genau das passiert, was Saeed radiallahu anhu wa'adha erbeten hat, genau das. Und deswegen sagen wir, derjenige, dem Unrecht angetan wird, und an dieser Stelle möchte ich allen danken, macht weiter so, die mir Unrecht antun, die uns beschimpfen, die uns verleumden. Und die Kuffare sind klar, dass sie das machen, ich rede über Muslime, die uns beschimpfen, die uns verleumden, die uns in schlechte Rampenlicht rücken wollen, weil sie neidisch sind. Weil sie neidisch sind. Wallahi, nichts anderes, als weil sie neidisch sind. Diese Leute, so sage ich euch nur eine Sache, das Bittgebet von jemandem, dem Unrecht angetan wurde, wird erfüllt. Und ich bitte Allah, dass er mich gottesfürchtiger macht, damit das Bittgebet noch mehr erfüllt wird. Von diesen Leuten, die sich selber hassen, wie sollen sie nicht andere Leute hassen? Das sind genau diese Leute. Und speziell von vier Gruppierungen. Von den Khawarij Takfiris, von den Shia, von den Ahbash, diese Leute und auch von den Madachila. Diese Leute, die Groll und Hass in ihrem Herzen haben, morgen werdet ihr alles wiederbekommen. Bei Allah. Macht euch keine Sorgen. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ihr könnt uns beschimpfen, wie ihr wollt. Nennt uns Kafir. Nennt uns Murji. Nennt uns, nennt uns, nennt uns morgen oh ihr Ahbash, die ihr uns Mushabbiha und auch Mujassima nennen. Wir treffen uns doch morgen. Oder habt ihr keine Lust auf dieses Treffen? Wir treffen uns morgen. Und dann werden wir sehen, bei Allah, wer Recht gehabt hat und wer ein Zalem, einer war, der Unrecht begangen hat. Sa'id, radiallahu anhu arda, er hat das Bittgebet gemacht, ja Allah, er blinde sie, mach sie blind und lass sie auf ihrer eigenen Erde sterben. Allah hat das erfüllt. Was sagte Muawiyah, radiallahu anhu arda, er sagte, inni la astahi an azlima man la yajidu alaya nasiran illallah. Allahu akbar. Wallahi, diese Wörter von Muawiyah haben eingeschlagen wie eine Bombe in meinem Herzen, als ich sie das erste Mal gehört habe. Da wurde mir richtig erst bewusst, was überhaupt Unrecht bedeutet. Er sagt, radiallahu anhu arda, und möge Allah alle Recht leiten, die schlecht über Muawiyah sprechen, er sagte, ich schäme mich, höre bitte zu. Bitte verstehe heute diese Wörter. Wenn du sie verstehst, dann wirst du heute, walhamdillallahu anhu arda, ab sofort aufpassen, ob du jemandem noch Unrecht antust. Ich schäme mich, jemanden Unrecht anzutun, dessen Helfer Allah ist. Allahu akbar. Ich schäme mich, jemanden Unrecht anzutun, sei er, wer er ist, dessen Helfer Allah ist. Mal angenommen, dir wird gesagt von einem Propheten, diese Person hat einen Helfer, Allah ist sein Helfer, Allah liebt diesen Diener. Und passe auf und tu ihm kein Unrecht an. Würdest du ihm Unrecht antun, nachdem dir das gesagt wurde? Es wurde ihm nicht gesagt. Aber die Religion hat uns das allgemein verständlich gemacht. Dass derjenige, der Unrecht erfahren hat, dem Unrecht angetan wurde, dieser ist mächtig. Was sagt Muawiyah? Ich schäme mich, jemanden Unrecht anzutun, dessen Helfer Allah sein wird. Allahu akbar. Ich sage euch eins, liebe Geschwister, die Strafe, und das ist das, was diese Leute täuscht. Diese ganzen Sekten, die ich gerade aufgezählt habe, Takfiris, Chawaric und und und, die sehen, es passiert nichts. Die machen Unrecht, Unrecht, es passiert nichts. Und den erklären sie zum Käfer und den und den. Warum passiert nichts? Und ich möchte zu dir auch Khadiji Takfiris sprechen und möge Allah dich und mich recht leiten. Musa a.s. hat harte Zeiten erlebt gegenüber Pharaon. Und Pharaon war nicht nur ein Tyrann. Es wurde in den Geschichtsbüchern erwähnt, dass er über 70.000 Kinder abgeschlachtet hat. La'anatollah a.s. Aber hier kam ein Prophet, wer? Musa a.s. Musa hat ein Bittgebet gesprochen, Allah hat es erwähnt im Koran. Musa hat ein Bittgebet gegen Pharaon gesprochen, überlegt, wer hinter Musa war und die ganze Zeit Amin, Amin, sagte, wer? Sein Bruder Harun, der ebenfalls ein Prophet ist. Ein Prophet macht Dua und der andere stimmt dem Dua zu. Amin, Amin. So wie ihr Amin sagt, wenn wir Bittgebete machen. So hat Musa das Bittgebet gesprochen und sein Bruder Harun, beide Propheten a.s. haben ein gewaltiges Bittgebet gegen den ungerechten Pharaon gemacht. Wann ist dieses Bittgebet eingetreten? Wann hat Allah dieses Bittgebet umgesetzt? Ibn Abbas r.a. 40 Jahre später. Es muss nicht heute kommen und es muss nicht morgen kommen. In einer Überlieferung bei Imam Ahmad sagte der Prophet s.a.w. indem er über Allah a.s. berichtete, wa izzati wa jalali la ansurannaki walau ba'da'in bei meiner Allmacht. Und bei meiner Majestät Allah s.w. sprich gerade höre zu Takfili, höre zu Khariji, höre zu Habashi, höre zu Shiai, die uns weil Iyadu billah übelste Beleidung schickt. Bei meiner Allmacht und bei meiner Majestät ich werde dir behelfen um Bittgebet zu mir zu gelangen. Allah wird das Bittgebet s.w. ta'ala hochlassen bis es ihn erreicht und dann wird er demjenigen die gerechte Strafe geben. Ich kann mich noch erinnern, ein lieber Bruder, möge Allah a.s.w. ihn und seine Familie segnen. Subhanallah, das ist nur das, was wir selber gesehen haben. dieser Bruder hat eines Tages sich vorgenommen ein Auto zu kaufen und dann rief er jemanden an, der Autos verkauft. Ein Autohändler und ihr wisst, leider, leider, leider sind sehr viele unter ihnen ungerecht. Möge Allah so schnell diese Leute recht leiten. Dann ist er hingefahren und hat sich wirklich abgemüht. Und das war sowieso ein anstrengender Tag für ihn. Und er hat sich erkundigt und hat nochmal nachgefragt, ob das Auto in Ordnung ist. Es wurde ihm alles versprochen. Ihr wisst, wie unsere Leute sind. Und dann hieß es, nimm das Auto und vertrau uns. Er nahm das Auto und es ging kaputt. In dem Moment, ja, er war voreilig, richtig. Und das ist auch nicht in Ordnung, in der Art und Weise zu bitten. Deswegen sagen wir, sagen wir, sagen wir, in diesem Moment hast du so viel Macht, oh Diener Allahs. Pass auf mit deinem Bittgebet. Wallahi l'adhim, pass auf mit deinem Bittgebet. Und al-i'tida für du'a, dass man übertritt beim Du'a ist verboten. Das Du'a muss verhältnismäßig sein. Nicht, dass wenn einer dir 50 Cent klaut, dass du auf dem höchsten Berg steigst und Allah mit seinen 99 Namen bittest, dass er ihn vernichtet und seine sieben Generationen. A'udhu billah. Das ist verboten. Das Bittgebet muss im Verhältnis sein. Aber dieser Bruder, er hat in diesem Moment so einen Zorn gehabt in seinem Herzen. Er hat dann Allah gebeten. Allahu alam, er hat uns nicht gesagt, was er gesagt hat. Subhanallah. Einige Tage später ist dieser Autoverkäufer auf der Autobahn gestorben. Sein Auto hat sich mehrmals überschlagen und er ist im Auto noch gestorben. Passt auf, liebe Geschwister. Und ich sage, pass auf, der Du Unrecht machst. Und ich sage, zu dem, dem Unrecht angetan wurde, pass auf mit Deinem Bittgebet. Pass auf, es muss im Verhältnis sein. Deswegen ist ein bevorzugtes Bittgebet von mir, was ich immer mache, Allahumma kfinihim bimashid. Das sage ich auch gegen diese ganzen üblen Sekten, die uns jeden Tag beschimpfen, die uns jeden Tag vom Islam rausschmeißen, die uns jeden Tag versuchen wollen, schlecht zu machen. Allahumma kfinihim bimashid. Das heißt, oh Allah, genüge ihn, wie Du willst. Allah entscheidet subhanahu wa ta'ala. Dann sage ich nicht, ja Allah, lass ihn von der höchsten Brücke fallen. Ja Allah, nimm seine nächsten Generationen ein, das ist Iqtidaat. Sondern, Allahumma kfinihim bimashid. Und sagt Amin, liebe Geschwister, diese Leute, die uns jeden Tag beleidigen und jeden Tag versuchen, durch den Kakao zu ziehen, ich sage, Allahumma kfinihim bimashid. Sagt Amin. Sie sollen nicht denken, dass sie davon kommen. Und jeder kennt mich, walhamdulillah. Wenn sich jemand bei mir entschuldigt, dann verzeih ich ihm. Aber diese Leute, walayadu billah, die uns abgrundtief hassen, wallahi, sie hassen uns. Du merkst auch, sie sind nur mit Beleidigungen beschäftigt. Das zeigt dir, dass sie nichts haben. Dass sie einfach nur deine Person hassen. Morgen werdet ihr es sehen. Und nochmals für euch, Allahumma kfinihim bimashid. Amin. Selbst wenn du Dua auslässt, du sagst, Tayyib, ich versuche mich auf beste Art und Weise zurückzuhalten und ich mache kein Dua, auch nicht gegen den, der mir gegenüber Unrecht angetan hat. Wisse, Allah wird ihn trotzdem bestrafen. Das heißt nicht, dass du unbedingt den Dua machen musst, damit Allah ihn bestraft. Nein. Einer wird auch von Allah belangt, selbst wenn du kein Bittgebet machst. Wie Abu'l-Bara. Jemand wird zur Rechenschaft gezogen für sein Unrecht, wenn es noch so klein war. Aber derjenige, dem er Unrecht angetan hat, hat gar kein Dua gegen ihn gemacht. Nein. Und so sagte der Prophet Mohammed Sallallahu Sallallahu Aleyhi Wasallam Ithnani Yu'adjiluhum Wallahu Yawma Al-Qiyama Yu'adjilumuhu Wallahu Fid Dunya Qabla Al-Akhira Zwei Personen Allah Azzawajal wird ihnen ihre vorgezogene Strafe in der Dunya geben, wird ihnen ihre Strafe in der Dunya vorziehen, bevor sie die Strafe in der Akhirat im Jenseits bekommen. Allahu Akbar. Wer ist das Abu'l-Bara? Er nannte Al-Baghi Wal-Aq Barhi ist der Walim der Unrecht macht. Dieser und Al-Aq ist derjenige der Ungehorsam ist gegenüber seinen Betern. Allahu Akbar. Wenn ich so überlege, wie viele Leute fallen in diesem Hadith herein? Wallahi sehr viele. Sehr, sehr viele Leute fallen in diesem Hadith herein und daher ist es sehr, sehr gefährlich, dass diese Leute bei Allah nicht verstanden haben, was die Strafe sein wird Yaum Al-Qiyama. Liebe Geschwister, wir sollten wissen, dass Allah gerecht ist. Er sagt uns im Koran An diesem Tag bedeutet Yaum Al-Qiyama, wo einer jeden Seele das vergolden wird, die bekommt den Lohn, Lohn im Arabischen heißt auch Strafe. Sie bekommt die Ernte für das, was sie gemacht hat und Allah Azzawajal schließt die Aya ab, an diesem Tag gibt es kein Unrecht. Jeder bekommt sein Recht von Allah Azzawajal. Von wem? Von Allah Azzawajal. Und deswegen Yaichwa, lasst uns ruhige Herzen bekommen. Wallahi, wir sehen Verbrecher aller Art und wir wünschen uns und wünschen uns und wünschen uns. Was können wir uns wünschen? Was wissen wir so großartig über Strafe? Allah hat die besten Strafen. Allah hat die gewaltigsten, die strengsten Strafen. Da brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Allah ist mächtiger als du und ich es uns nur ausmalen können. Allahu akbar, schau doch einfach mal in die Menschheitsgeschichte herum und du siehst, wie Allah Völker bestraft hat, welche Strafen sie bekommen haben von Allah Azzawajal, als Allah Azzawajal zornig mit ihnen war. Daher verzweifle nicht und denke nicht, dass Allah Azzawajal nicht darüber Bescheid weiß, oh Dina Allahs. Subhanallah, lasst uns darüber reden, wie es ist, dass wir mit unserer Zunge uns selbst vernichten und mit unserer Hand uns selbst vernichten. Wie viele üben Unrecht aus mit ihrer Zunge, vor allen Dingen mit ihrer Zunge und mit ihrer Hand. Und ich gebe euch jetzt einen der gefährlichsten Hadithe, liebe Geschwister. Und der Wortlaut in diesem Hadith ist bei Imam Muslim und bei Al-Bukhari ist er ebenfalls verzeichnet mit kleinen abgeänderten Wortlauten. So sagte Rasulullah sallallahu alaihi wassalam eines Tages ataduruna man il muflis qalu al muflis ufina ya rasul allah man la dirham lahu wala matah er sagte eines Tages wisst ihr wer der Muflis ist? Ich werde das Wort noch erklären. Sie sagten nach ihrem Verständnis o Gesandter Allahs der Muflis ist derjenige der weder Geld besitzt noch irgendwelche Mittel. Das heißt jemand der nichts besitzt. Dann korrigierte er sie und sagte zu ihnen Al Muflis min ummati man ya'ti yaum al qiyama bi salatihi wa zakatihi bi salatihi wa siyamihi wa zakatihi Der Muflis der pleite gegangen in meiner ummah ist derjenige der am Tage der Auferstehung mit vielen Hassanat kommt. In einer Überlieferung Kaljibal so groß so gewaltig an Hassanat guten Taten wie die Berge Mit was kommt er mit Gebet und mit zakat und mit Fasten Gewaltige Taten Säulen des Islams Abul Barah Du willst mir doch nicht erzählen dass dieser ein Verlierer sein wird höre zu Er kommt mit den gewaltigsten Taten Jetzt sagt er weiter Rasul den hat er beleidigt und den hat er sein Geld geklaut und den hat er sein Blut vergossen und den hat er geschlagen Das heißt Muslim gute Taten Taten auch die angenommen wurden von Allah aber er hat viel Unrecht ausgeübt mit was mit seiner Zunge und mit seiner Hand dann sagte er dann muss er von seinen guten Taten abgeben dann muss er was von seinen guten Taten abgeben deswegen sagte Ibn Al-Mubarak er sagte Wallahi wenn ich überhaupt lästern würde würde ich gegenüber meinen Eltern lästern damit sie wenigstens die guten Taten bekommen aber ich tue es allgemein nicht so muss er der Unrecht begangen hat mit Gebet mit Fasten mit Zakat so muss er von seinen guten Taten abgeben Wenn er aber keine Hassanat mehr hat und nicht jeder hat Millionen von Hassanat manche haben gerade mal so viel Hassanat dass sie gerade so es geschafft haben nicht sofort in das Höllenfeuer zu gehen aber diese Person er musste abgeben und abgeben und abgeben von seinen Hassanat von seinen guten Taten bis nichts mehr übrig war von seinen guten Taten und so bekommt er jetzt die schlechten Taten von denjenigen dem er Unrecht gegenüber angetan hat die Sinner den Alkohol die Drogen die perversen Filme jetzt bekommt er die schlechten Taten von denjenigen denen er Unrecht angetan hat so werden sie ihn übergeben diese schlechten Taten und dann wird er letztendlich in das Filmfeuer hereingeworfen wisst ihr jetzt warum der Prophet diese Person Muflis genannt wird er hatte eigentlich etwas aber zum Schluss war er besitzlos zum Schluss war er besitzlos und ich möchte nur bitte dass ihr euch kurz konzentriert mit mir liebe Geschwister wie viele Gebete haben wir gemacht Alhamdulillah die meisten werden sagen Alhamdulillah ich bete meine fünf Gebete Frage an euch wird Allah alle unsere Gebete annehmen wir wissen das natürlich nicht aber wir wissen auch nicht alle Gebete von uns waren richtig wie viele Gebete haben wir mit Riyal gemacht das heißt mit Augendienerei und damit sind sie ungültig wie viele Gebete haben wir falsch gemacht wie viele Gebete haben wir ohne richtiges Vodou gemacht wie viele Gebete haben wir zu schnell gebetet und damit hatten sie keinen wert das heißt netto gesehen haben wir aber netto was ist übrig geblieben das heißt das was netto übrig geblieben ist wo wir ikhlas hatten aufrichtigkeit bei der tat gegenüber allah und das ist nicht leicht bei jeder tat und wo wir den gesandten richtig gefolgt sind das sind ja die beiden Bedingungen damit überhaupt eine Tat von Allah angenommen wird diese Bedingung haben wir erfüllt und subhanallah genau von diesen besten Taten von was von diesen besten Taten die angenommen wurden von uns genau diese Taten müssen wir jetzt weg geben so ist die Regel bei Allah subhanallah subhanallah du schmüst dich ab und es bleiben nur so wenige gute Taten übrig brutto gesehen und netto gesehen und dann kommt jemand dem du nicht mal magst und er nimmt dir diese guten Taten ab er sagt dir barak Allah dass du für mich gebetet hast barak Allah dass du für mich gepasst hast barak Allah dass du für mich diese Kabe Zeit hast dass du für mich den Hajj gemacht hast Allahu akbar Allahu akbar liebe Geschwister es geht nicht um Geld oder sonstiges Yomul Kiyama es geht um Paradies oder Hölle und das ist sehr sehr gefährlich dass wir nicht darauf achten dass wir unsere Taten auch behalten stell dir vor du arbeitest ein Jahr auf der Baustelle von 8 Uhr morgens bis 19 Uhr abends und dann am Ende des Monats wird dir der Scheck gegeben und du musst ihn weiter reichen bist du damit einverstanden so ähnlich wird es Yomul Kiyama sein wenn du keine guten Taten mehr hast bekommst du die Sünden von den jenigen denen du gegenüber Unrecht angetan hast Allahu akbar und glücklich ist derjenige der an diesem Tag nur seine eigenen Sünden tragen muss Subhanallah liebe wird es so sein dass Yomul Kiyama die Leute dir verzeihen werden auf keinen Fall und ich werde darauf zu sprechen kommen Udina Allah dass du verstehst Yomul Kiyama wird dir niemand verzeihen bei Allah und ich schwöre dir einen kräftigen Schwur und du wirst danach hören warum aber lasst uns hören welche gefährlichsten Taten dazu führen dass wir in Jahannam hereinkommen weil wir Unrecht anderen gegenüber gemacht haben so heißt es in einer Überlieferung bei Imam Muslim dass der Prophet Muhammad eines Tages sagte zu den Sahaba Wisst ihr was die Ghiba das Lästern ist und der Adept von den Gesandten der Adept von den Gefährten war immer Allah und sein Gesandter wissen es am besten dann hat er ihn definiert was die Ghiba ist und er sagte zu ihnen dass du über deinen Bruder Bruder heißt immer auch natürlich Schwester dass du über deinen Bruder etwas sagst was er nicht mag dann haben sofort die Sahaba eine Frage gestellt was aber wenn das stimmt was ich über meinen Bruder sage zum Beispiel einer ist wirklich nervig in der Tat er nervt und nervt und nervt dann gehe ich und sage zu anderen Leuten der ist eine Nervensäge auch wenn das stimmt wenn er wirklich Abu Muzaj ist wirklich eine Nervensäge das ist Riba das ist Riba er wurde gefragt oh Gesandter Allah aber das was ich über ihn sage ist ja nichts erdichtetes ist ja nichts erlogenes er stimmt so wie ich sage dann sagte er wenn er wirklich so ist wie du sagst genau das ist die Riba das ist die Riba Ibn Hibban wenn ich mich nicht täusche er liefert das einmal Aisha radiyallahu anna über Safiya sagte Safiya sie sagte über sie sie ist klein klein ein Wort dem wir keine Beachtung schenken dann sagte der Gesandte Sallallahu Aleyhi Wasallam zu Aisha weil sie das gesagt hat wo Safiya nicht dabei war wenn dieses Wort klein in das Meer eingetaucht werden würde dann würde sich die Farbe von diesem Wasser ändern Allahu akbar Allahu akbar O Gesandte Allah wenn das aber stimmt was ich über meinen Bruder sage über meine Schwester sage genau das ist die Riba jetzt dann sagte er wenn das aber nicht stimmt was du über deinen Bruder über deine Schwester gesagt hast hör zu ihr Takfiris hör zu ihr Shia hör zu ihr Ahbars und wer auch immer ihr seid dann hast du Buchtan gemacht ihn verleumdet noch schlimmer als Riba noch schlimmer als Riba Abul Barra kannst du uns den Unterschied erklären weil immer hören wir Begriffe Riba und Burtan und Namiba höre gut zu und lerne das einmal und du hast das im Kopf Riba ist dass du über deinen Bruder etwas sagst was er nicht mag nicht was du nicht magst was er nicht mag auch wenn das so stimmt auch wenn das die Tatsache ist Burtan ist dass du über deinen Bruder etwas sagst was nicht stimmt du lügst über ihn das ist gewaltiger als Riba und wir hören welche Strafe es dafür im Grab gibt und dann gibt es Namima Namima bedeutet wie die Gelehrten sagen das ist dass du zu deinem Bruder gehst und sagst weißt du nicht was der und der über dich sagt damit du Feindschaft erzeugst das ist Namima Mohammed wusstest du nicht was Mahmoud über dich sagt ich will es gar nicht sagen ich fürchte Allah er hat schon alles gesagt ich fürchte Auzubillah im Herz schaala gibt es richtigen Streit zwischen beiden er macht Fitna deswegen als zu einem der Salaf jemand kam und er sagte zu ihm weißt du nicht was der und der über dich sagt dann sagte der Salaf gelehrte zu ihm hat Schaitan keinen anderen Boten gefunden als dich keinen anderen schaut mal wie sie sofort diese Tür geschlossen haben weil sie gefährlich ist das heißt diese drei Sachen die wir jeden Tag praktizieren jeden Tag diese wird uns in das Höllenfeuer hereinbringen einmal rieber ich wiederhole es nochmal dass du über deinen Bruder deine Schwester etwas sagst was er sie nicht mag auch wenn es stimmt lass dich nicht davon täuschen dass es stimmt das ist ja gerade die rieber und dann haben wir gesagt dass du über deinen Bruder deine Schwester etwas sagst was gelogen ist noch schlimmer und namima ist dass du Wörter zu jemandem ranträgst damit Feindschaft zwischen ihnen aufkommt subhanallah diese rieber und namima sind so gefährlich dass eines tages der prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam gefragt wurde die überlieferung bei imam ahmad so heißt es es wurde zum gesandten sallallahu alaihi wasallam gesagt inna inna fulanatan taqoum unleyl watasoum unnahar watafal watatasaddaq watu'di jiranaha bilisania eine Frau uhrgesandte Allahs sie betet in der Nacht und sie fastet am Tag und sie spendet und macht gutes dhikr koran lesen aber am Tag verletzt sie ihre Nachbarn mit der was wir gerade gehört sie wollten ihn fragen was ist mit dieser Frau also du und ich wir würden uns jetzt denken sie macht ihre Gebete sie macht viel dhikr und liest den koran und spendet wird schon nicht so schlimm sein das ist das was du und ich denken aber du und ich sind nicht der prophet der prophet muhammad sagte in ihr gibt es nichts gutes sie gehört zu den leuten des feuers dann wurde gesagt und es gibt eine Frau sie betet das Pflichtgebet und sie spendet was hat sie gespendet sozusagen trockenen käse aber sie verletzt ihre nachbarn nicht mit der zunge was ist mit ihr dann sagte er sie gehört zu den paradies bewohner wir lernen sehr viel über diese über die was lernen wir trotz deiner vielen 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 guten taten wenn du nicht aufpasst auf deine zunge dann gibt es nichts gutes an dich ist sie nicht in das höllenfeuer gegangen wie rasul das sind nicht meine worte ich gebe euch nur was der gesamte gesagt hat und nochmals groß wir sehen uns morgen kein problem ich habe zeit zu warten also kann man abulbara mit vielen guten taten wenn man nicht auf seine zunge aufpasst ins fellenfeuer gehen bei allah das ist doch der hadith und kann man auch gleichzeitig mit wenig guten taten schau mal was hat sie gespendet trocknen käse kein gold kein silber auch wenn der käse goldene farbe hat das ist kein gold das ist käse trockener käse den hat sie gespendet sie hat gebetet ihre pflicht gebete aber hat auf ihre zunge aufgepasst die gehört zu den paradies bewohner also kannst du mit vielen guten taten bei einem schlechten charakter in das höllenfeuer gehen und du kannst mit wenig guten taten bei einem guten charakter in das paradies und jetzt hören wir was es für eine strafe gibt für diejenigen die nicht auf ihre zunge aufpassen so heißt es in einer überlieferung bei abu dawud dass der prophet muhammad sagte er er sagte Nein, wir wissen nicht, wann diese Nacht war. Als ich in den Himmel emporgehoben wurde, so kam ich an einigen Menschen vorbei, sagte er. Aleyhis Salatu As-Salaam. Und sie hatten Fingernägel aus Bronze. Fingernägel aus Bronze, mit denen sie ihre Gesichter und ihre Brüste zerkratzt haben. Ich fragte Jibril, wer sind diese Menschen? Er sagte, diese haben das Fleisch der Menschen gegessen und über ihre Ehre geredet. Allahu Akbar. Diese haben das Fleisch der Menschen gegessen und über ihre Ehre geredet. Genau das, was passiert. Das ist eine Strafe im Grab, die man bekommen wird. So gefährlich, dass du aufpassen sollst auf deine Zunge. Und sogar in einer anderen Überlieferung, die Ibn Hajj al-Asqalani, und er sagt, Abu Ya'la hat sie übertragen, die er als Hassan gezeichnet hat. Und das ist eine umstrittende Überlieferung. Sagte der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, Man akele lahme achihi fil dunya, kurriba ileyhi jawmal qiyama. Fayukalu lahu kullhu meyitan, kama akeltahu hayyan. Fayakuluhu wa yaklahu wa yasih. Jawmul qiyama wird ein Toter jemanden nähergebracht. Dann wird zu ihm gesagt werden, iss dein Totenbruder. Iss dein Totenbruder. Ihr solltet wissen im Arabischen, wenn wir sagen, er hat das Fleisch von seinem Totenbruder gegessen, dann meinen wir das lästern, weil Allah das so ausgedrückt hat im Koran. Das Essen vom Fleisch vom Totenbruder bedeutet, du hast über ihn gelästert. So wird dieser Tote Bruder vor dir gestellt, jawmul qiyama. Er wird dir nähergebracht und dann wird zu dir gesagt werden, iss ihn tot, so wie du ihn auch lebendig gegessen hast. So wird er ihn essen walayyadu billah und sein Gesicht wird in sich zusammenfallen und er wird schreien. Was für eine Strafe in der Dunya und in der Ahgiva. Und wenn du auch ungerecht bist zu den anderen, so wird das zu dir zurückkehren. Es gibt Männer, die haben kein Problem damit, jeden Tag ihre Frauen zusammenzuschlagen. Es gibt Männer, die haben kein Problem damit, Leute auf der Straße zu schlagen. Höre, was der Gesandte Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam, in einer Überlieferung bei Imam Ahmad sagte, Er sagte, Allahumma inni uharlicu haqqa al-da'ifayn al-yatim wal-mar'aq. Oh Allah, ich werde die Rechte der zwei Schwachen, ich übersetze es sinngemäß, ich werde die Rechte der zwei Schwachen, jawmul qiyama verteidigen. Das Recht von der Weise und von der Frau. Allahu akbar. Ja, ich willst du nicht, dass Jawmul Qiyama der Prophet Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam, Hörsprache für dich macht. Shafa'ah. Das wünschst du dir doch. Dazu muss er an deiner Seite sein. Aber wenn du deine Frau jeden Tag zusammenschlägst, deine Schwester schlägst, und die, für die du verantwortlich bist, so wird er nicht an deiner Seite sein. Er wird dein Gegner sein. Er wird dir gegenüberstehen und dich bekämpfen. Alayhi salatu wassalam. Und nimm diese Überlieferung, die so gefährlich ist, diese ist bei Sahih Muslim überliefert. An Abi Mas'ud al-Ansari. Abu Mas'ud, nicht Ibn Mas'ud. Abu Mas'ud al-Ansari, er sagte, ich habe einen Knaben, dem ich besessen habe, geschlagen. Das heißt, ein Sklaven. Und das war normal, dass Sklaven geschlagen wurden in der Zeit. Er sagte, als ich ihn geschlagen habe, dann habe ich hinter mir eine Stimme gehört. Allah ist mehr mit dir in der Lage, das zu tun, was du gerade diesem armen Jungen antust. Allahu Akbar. Okay, du bist stark. Du kannst einen Jungen schlagen. Du bist stark. Du kannst eine Frau schlagen. Allah, sagte Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ist mehr in der Lage, mit dir das zu tun, was du gerade mit diesem armen Geschirr gemacht hast. Er sagte, dann habe ich mich umgedreht. Wer? Abu Mas'ud radiyallahu an. Es war kein anderer, der der Gesandte Allahs war, der diese Worte zu mir gesprochen hat. O Gesandte Allahs. Ich lasse ihn sofort frei für das Angesicht Allahs. Er soll frei sein, nur damit ich meine Strafe nicht bekomme. Höre, was der Gesandte sallallahu alayhi wa sallam sagte. Hättest du ihn nicht freigelassen, hätte das Höllenfeuer dich berührt. Hätte das Höllenfeuer dich berührt. Auch was du mit deinen Händen und deiner Kraft tun kannst. Allah ist stärker als du und ich. Und er ist mächtiger als du und ich. Und wenn er bestraft, weiß niemand, wie die Strafe ist, außer er, subhanahu wa ta'ala. Lasst uns beenden, liebe Geschwister. Wie macht man jetzt begangenes Unrecht wieder gut? Wie macht man jetzt begangenes Unrecht wieder gut? Du musst wissen, jaumul Qiyama wird dir niemand verzeihen, wie ich es dir schon zuvor gesagt habe. Nicht einmal deine Frau oder dein Vater oder deine Mutter, die die barmherzigsten zu dir waren. Nicht einmal dein eigenes Kind, wenn du ihm gegenüber Unrecht angetan hast. Die Nächsten zu dir werden dir nicht verzeihen. Aber du redest viel. Gib uns einen Beweis. Denn das sind Leute, die sind eng zu mir. Auch hier weiß ich schon, wie ich mit ihnen umgehe. Also werden sie mir jaumul Qiyama auch verzeihen. Höre, was Allah a.s. sagt. Am Tage der Auferstehung, wo jemand vor seinem Bruder wegrennen wird und vor seiner Mutter und vor seinem Vater und vor seiner Frau und vor seinen Kindern, ein jeder wird an diesem Tag beschäftigt sein. Billahi Alek, ich fordere dich heraus. Nenn mir eine Person, die dir verzeihen wird, jaumul Qiyama. Ich gebe dir eine Antwort und nimm sie so, wie sie ist. Niemand wird das tun. Jaumul Qiyama. Subhanallah, in einer Beliefung bei al-Bukhari heißt es, dass Allah a.s.w. auf einer Brücke, die heißt Al-Kantarah, und die Gelehrten haben unterschiedliche Ansichten, ob das die verlängerte Brücke von Asirat ist oder ob sie schon zuvor kommt. Lassen wir diesen Meinungsunterschied. Al-Kantarah, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, da wird Allah a.s.w. die Leute festhalten, sie werden dort stehen bleiben und einander gegenüber begangenes Unrecht wieder gut machen. Frage an dich, oh Dina Allahs, nimm wir mal an, diese Brücke ist nach Asirat. Stell dir vor, du hast es gerade so geschafft. Willst du an dieser Brücke scheitern, wie viele Leute werden warten? Und wir denken, dass diese Brücke vor Asirat ist, weil nach Asirat kommt nur noch Hölle oder Paradies, möge Allah, also soll uns allen das Paradies geben. Wie viele werden an dieser Brücke warten? Du bist noch nicht mal auf die Asirat-Brücke gegangen. Und da werden die Leute kommen und dir sagen, du hast mich geschlagen. Dann wirst du sagen, schlag mich. Schlag mich jetzt, mach das einfach wieder gut. Nimm von meiner Asirat. Er wird dir sagen, küss meine Füße. Er wird das nicht akzeptieren. An diesem Tag wird jeder vor dem anderen wegrennen. Jeder. Warum? Weil an diesem Tag gibt es nur eine einzige Sache. Jeder möchte errettet werden. Wie Abdullah ibn Mas'ud radiallahu alaihi wa sallam sagte, eine jede Frau wünscht sich an diesem Tag, dass ihr Vater oder ihr Mann oder ihr Sohn oder ihr Bruder ihr Unrecht angetan haben, damit sie die Hassanat bekommt und in das Paradies erwecken. Sie wünscht sich das. Aber du hast es gerade gesagt. Jaumul Qiyama habe ich keine Chance. Also was soll ich machen? Du musst in der Dunya. In der Dunya musst du dieses Unrecht wieder gut machen. Und so sagte der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, in einer Überlieferung bei al-Bukhari, Man kannet lahu mazlamatun li ahadin min irdihi au shay'in fal yatahallalhu minhul yaum qabla an la yakuna dinarun wa la dirham. Wer heute noch ein Unrecht wieder gut zu machen hat, so soll er es heute machen. Heute, heute. Schau mal die Ausdrucksweise von Rasulullah. Du sollst das nicht verspäten, weil dieses Unrecht wird jaumul Qiyama für dich. Finsternis sein und jahann. So soll er es heute wieder gut machen, bevor ein Tag kommt, an dem es kein Dinar und kein Dirham gibt. Du kannst dich nicht mehr mit Geld freikommen. Das geht nicht. Deswegen sage ich demjenigen, der Unrecht gemacht hat, er soll das in dieser Dunia machen. Abu'l-Bara, ich bin mit allem einverstanden. Ich will auch nicht die Strafe im Höllenfeuer. Aber wie kann ich zu jemanden hingehen und ihm sagen, allahi, ich habe die 50 Euro geklaut. Aber du brauchst das nicht direkt zu machen. Wenn du ihn kennst, wenn du weißt, wo er wohnt zum Beispiel, dann tu das Geld im Briefkasten. Wenn du sein Konto kennst, dann überweise darum. Wenn du Leute kennst, die ihn kennen, gib das Geld, die sollen das weitergeben. Aber nicht einer, der es selber klaut. Ja, oder? Die gibt es ja auch. Ungerecht. Okay, aber du willst dein Recht wieder gut machen. Du brauchst das nicht direkt zu machen. Indirekt. Indirekt. Mach das indirekt. Du hast über jemanden gelästert. Ach, ich wollte dir sagen, es gab einen Bruder, der hat damals etwas über dich gesagt, was nicht in Ordnung war. Bist du bereit, ihn zu verzeihen? Hier nimmst du die Fitna hinweg, weil es geht um eine dritte Person. Allahu a'lam, wer sie ist. Wir wissen, dass du das bist. Aber jetzt in dem Moment weiß das nicht jeder. Und das sage ich zu demjenigen, der Unrecht getan hat. Er soll sich entschuldigen bei den Personen. Aber derjenige, dem Unrecht angetan wurde, so sage ich ihm auch fürchte Allah. Du hast drei Möglichkeiten. Du, dem Unrecht angetan wurde. Du kannst jaumul Qiyama, dein Recht wiederbekommen, ohne Zweifel, in Form von Hassanat. Oder du kannst ein Dua sprechen, welcher in jedem Fall erfüllt wird. Oder du kannst ihm verzeihen. Abul Barah, du glaubst doch nicht, dass ich ihm verzeihen werde und das könnte meine Errettung sein mit dem Hassanat. Ich glaube, du hast einen an der Waffel, Abul Barah. Warum soll ich ihm verzeihen und das könnte jaumul Qiyama meine Errettung sein? Taib, eine Frage an dich. Du wirst jaumul Qiyama dein Recht bekommen. Darüber brauchen wir uns nicht zu streiten. Aber wie viel Hassanat wirst du bekommen? Zum Beispiel, er hat über dich gelästert. Tausend, zweitausend, fünftausend Hassanat. Lass es von mir aus zehntausend sein. Die sind begrenzt, die Hassanat. Wallahi, die sind begrenzt. Du wirst nicht mehr bekommen als das, was Allah für dich bestimmt. Aber wenn du ihn verzeihst, höre, tu immer mit deinem Verzeihen, Abul Barah. Wirklich, man denkt, du wohnst nur zu Hause und hast nichts mit Menschen zu tun. Gut, wenn du ihn verzeihst, höre, was Allah sagt. فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ Wer dann aber verzeiht und sich bessert, so obliegt sein Lohn nur Allah. Du bekommst jaumul Qiyama nicht diese begrenzte Zahl von Hassanat, sondern du bekommst so viel, wie du brauchst, um in das Paradies herein zu kommen. Allah Akbar. Jetzt entscheide, was ist besser. Was ist besser, O Diener Allahs. Und ich beende, liebe Geschwister, indem ich euch sage, seid nicht traurig. Wir sehen die Bilder in Palästin, wie diese Verbrecher unsere Geschwister töten. Wir sehen auf der ganzen Welt Bilder, wie die Arroganten und Hochmütigen, die denken, dass sie wer sind, dass sie mit unseren Geschwistern machen können. Höre, was Allah azzawajal subhanah sagt. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّ يَعْمَلُونَ ظَالِمُونَ إِنَّمَا يُأْخِرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَسُفِهِ الْأَبِصَارِ Und glaube nicht, dass Allah azzawajal subhanah, dass er unachtsam dessen ist, dass er nicht merkt, was passiert. وَمَا تَسْقَتُ مِنْ وَرَاقَتٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا Und kein Baum und kein Blatt fällt vom Baum, außer dass Allah darüber Bescheid weiß. Soll Allah nicht über das begangene Unrecht Bescheid wissen. Allah azzawajal sagt und glaube nicht, dass Allah unaufmerksam ist bezüglich dessen, was die Ungerechten machen. Er schiebt sie nur auf. Bis zu einem Tag, an dem die Blicke starr sein werden. Strafe kommt in jedem Fall. Und wisst, وَاللَّهِ بِاللَّهِ تَلَّهِ Ganz egal, welche Strafen wir uns ausdenken für diese zionistischen Terroristen, ihre Führer und ihre Kumpanen, die ihnen helfen, von jeder Regierung. Allah wird mit ihnen umgehen und er weiß es am besten. سُبْحَانَ قُلَّهُمْ وَبِحَمْدِكُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهِ الْأَنْ أَسْتَخْفِرُكَ وَأْتُوبُ لَيْهِ Wir haben jetzt eine Konvertierung und die Schwester, die jetzt bei uns konvertiert, macht das wirklich zu ihrem eigenen Risiko. Möge Allah so shall ihr einen Ausweg schaffen. Wir werden sie jetzt inshallah ta'ala anrufen und mit ihr die Konvertierung vornehmen und dann wenden wir uns euren Fragen zu Barak Laufikum und ich sage nachher. Und ich sage das mal, und ich sage das mal. Und ich sage das mal, Vielen Dank.